Also, wir sind hier mit Dylan, Luke und Yannick von dem Kasseplatz beim Aliburg. Könnt ihr euch in kurzen Worten erklären, was ihr in diesen fünf Tagen alles gemacht habt? Wir haben den Füssiwerk gemacht, und das Schachbrett und die Mühle, und den Container angemalt und die Säcke angemalt. Super. Also Dylan hat es schon alles gesagt. Ja. Dann haben wir noch einen Kübel angemalt. Okay. Was hat euch aber am meisten Spass gemacht? Mir Füssiwerk. Mir hat am meisten Spass gemacht, den Containerland zu malen und die Sockel. Mir hat am meisten Spass gemacht, das Schachbrett angenommen. Ja. Und das ist alles. Was hat euch aber nicht so gefallen? Das Mühle. Mühle hat Füssiwerk nicht so gefallen. Mir war eigentlich alles cool, ausser den Containern. Wenn ihr jetzt könntet, würdet ihr gerne Gruppen wechseln, wenn ja mit welcher? Nein, das sage ich nicht. Du? Ich würde abwechseln mit Spielhaus. Und das duftst. Würde ich nicht. Auch nicht. Also ihr seid zufrieden mit der Gruppe, die er gemacht hat? Ja. Ist alles gut gelaufen oder hat es Probleme gegeben mit den anderen? Ja. Sonst nicht? Nein. Es war alles gut. Dann wäre es das. Danke für die Zeit.